ja hallo zusammen willkommen zu meinem neuesten video heute geht es um diese schöne box was die hier besonderes hat und was es damit auf sich hat das erkläre ich euch gleich im video jetzt muss ich aber ganz schnell wieder anschließen denn die wird hier ganz dringend gebraucht ja und zwar geht es hier um eine telefonanlage warum beschäftigt sich der techpirat mit einer telefonanlage das kann ich euch ganz einfach erklären wir bieten natürlich service rund um telekommunikation an und damit war die telefonanlage gar nicht so weit entfernt dazu mal wir hier ein eigenes problem zu bewältigen hatten und zwar ist unser problem dass wir ja auch ein dhl paketjob haben und es sehr viel anruf aufkommen wegen paketen gab jetzt ist aber da die folgende problematik wir dürfen zu paketen überhaupt gar keine auskunft geben und das war sozusagen die erste problemstellung die hier zu lösen war jetzt haben wir eine schöne telefonansage gemacht die quasi durch leitet durch verschiedene prozesse und zwar kann man wenn man uns anruft kann man auswählen welches problem ich habe ich drücke die 1 zum beispiel um direkt mit dem computer und smartphone service verbunden zu werden ich drücke meinetwegen die zwei um alles rund um mein paket zu erfahren und in der 2 oder wenn man die taste 2 drückt ihr könnt gerne mal anrufen dann erfahrt ihr nämlich genau den umstand den wir sonst sehr mühevoll hier weitergeleitet haben oder weitergegeben haben und zwar mussten wir jedem kunden erzählen das problem ist wir dürfen aus datenschutztechnischen gründen dgsvo verordnung und 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 überhaupt gar keine auskünfte zu paket geben zu den paketen gehen wir dürfen nicht mal sagen ob die da sind oder ob die weitergeleitet werden oder wie auch immer der kunde muss persönlich zu uns in die werkstatt kommen und hier die sein ausweis zeigen und die berechtigung zur information sozusagen dokumentieren das war natürlich erstmal der wichtigste punkt der ungeachtet davon mit kurz kurz erklärt das anruf aufkommen hier bei uns in der werkstatt ist auf ein drastisches reduziert also wir haben maximal noch ein drittel von den anrufen von vorher und das ist schon mal perfekt damit haben wir also schon mal super mit dieser kleinen telefonanlage das problem gelöst das zweite ist die frage zu öffnungszeiten hier habe ich also mit der option nummer drei habe ich jedem kunden auch noch mal angeboten sich die öffnungszeiten anzuhören weitere funktionalitäten sind natürlich auch interessant für uns gewesen wie zum beispiel ein parallelruf das heißt wir können parallel jetzt mehrere mehrere telefone anrufen lassen auch handys zum beispiel parallel zu dem stationären telefon das heißt wenn es hier klingelt dann kann es überall klingeln wie ein weltmeister dieses management übernimmt die kleine anlage und das ganze wirklich sehr einfach und überschaubar zu konfigurieren ich zeige euch ganz kurz mal wie die aufgebaut ist wir haben jetzt hier eine eine anlage und die sieht in der tat ganz simpel aus hier gibt es wie ich immer so schön sagt eine schöne klick und die oberfläche das heißt ich bin hier in der lage alle meine einstellungen selber vorzunehmen natürlich sind wir als dienstleister auch daran interessiert diese einstellungen für euch zu übernehmen und hier helfen wir natürlich aus und gerade in der zeit die wir momentan haben ja ich weiß nicht wann ihr das video hier schaut wir befinden uns jetzt hier im märz 2020 es gibt unheimlich viele beeinträchtigungen durch den koronavirus da ist natürlich die anlage umso besser ein beispiel aus der praxis die anlage wurde also hier installiert und meine frau physiotherapeutin hat gesagt die muss ich auch sofort haben habt ihr die anlage installiert jetzt ist es allerdings so dass die natürlich genau wie wir als dienstleister weiter arbeiten aber sehr eingeschränkt viele kunden bzw da ist der patienten sagen ab oder wieder zu und 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 das management ist sehr schwierig und wie der teufel das so will ist die pforte natürlich nicht immer besetzt und was haben wir da gemacht hier haben wir genau das gleiche gelöst durch die telefonanlage hier kann der kunde sich auch wichtige informationen direkt per tastendruck holen und somit war sichergestellt dass die praxis immer erreichbar ist denn parallel zu dem telefon in der praxis klingelt auch wunderbar das handy meiner frau das parallel klingeln haben wir in diesem fall mit dem sogenannten parallelruf in einer gruppe gesteuert und zwar kann man wie das von anlagen wie man wenn man sich ein bisschen mit anlagen auskennt gewohnt ist kann man das wunderbar über die anruf steuerung machen über anruf gruppen und diese anlage lässt keine wünsche offen was aber auch geht und dazu gibt es hier den entsprechenden link wir haben die möglichkeit auch eine app freizuschalten und zwar bietet jester eine app für android und ios an und zwar kann man hier mit wenigen klicks nämlich über ein qr code sozusagen jeden sofort in dieser anlage einbinden sicherlich gibt es bei der eine oder anderen konstellation eventuelle voraussetzungen zu beachten aber dafür sind wir ja da da helfen wir gerne sonst funktioniert das wunderbar man kann sehr leicht mit dieser anlage connecten dann möchte ich euch auch noch mitteilen dass wir hier hinter einer fritz box sind und das ist ja das was wahrscheinlich bei den meisten der fall ist wir haben also gerade jetzt in dieser phase ist natürlich die 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 heim arbeitsplätze und 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 ist natürlich die nachfrage zu solchen anlagen sehr groß und wir haben jetzt hier den fall dass wir hinter einer fritz box sind und die fritz box blockiert normalerweise die ports aber auch das ist sehr einfach man kann ohne große eingriffe in die fritz box ohne port weiterleitung und ähnliches kann man hier mit der anlage arbeiten dazu kommt aber dann irgendwann noch ein separates video das also die einstellungen sind ratzfatz gemacht das heißt also bestehende telefonnummern können sofort und unkompliziert hier übernommen werden wem das ganze allerdings nicht schnell genug geht weil das setzt ja erstmal einarbeitung und 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 voraus ich muss mir die kiste bestellen natürlich bei uns oder wo auch immer tschuldigung das können wir noch viel einfacher und besser lösen denn das beispiel was ich euch hier zeige das ist gar nicht meine jester die hier unten im schrank liegt sondern das ist eine cloud lösung wir haben einen partner für cloud lösung die den link dazu findet ihr in der video beschreibung oder ihr können natürlich direkt mit uns kontakt aufnehmen und da kann man in der tat eine fertige jester anlage innerhalb von kürzester zeit bereitgestellt bekommen man nimmt kontakt auf mit unserem partner und dann ich sag mal wenn die je nach arbeitsauslastung natürlich ist innerhalb von ein zwei stunden ist die anlage parat und zwar so parat dass man theoretisch auch sofort eine telefonnummer sich schalten lassen kann und natürlich auch dann eventuell weiterleitung oder ähnliches parallel ruf und 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 auch einrichten ohne jetzt in die eigene infrastruktur eingreifen zu müssen die ich ja vielleicht gerade zu den unsicheren zeiten nicht mal gerade besuchen kann denn alle sollen ja von zu hause aus arbeiten ich habe es aber noch nicht gelöst also bestelle ich mir ratzfatz eine schöne jester cloud lösung was natürlich perfekt ist diese lösungen sind für alle unternehmensgrößen vorhanden ob groß oder klein oder mittlere unternehmen diese kann hier durchaus zu jeder zeit unabhängig von aktuellen ereignissen einem den hintern retten denn hier gibt es was ist das wichtigste für dienstleister reparateure handel erreichbarkeit genauso wie der handwerker auch erreichbar sein muss und 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 denn ich habe ja hier über die anrufsteuerung auch die möglichkeiten warteschleifen zu schalten unsere kunden landen zum beispiel nachdem sie die taste gedrückt haben erstmal in eine warteschleife da ist eine nette gema freie musik und dann haben wir im prinzip erstmal zeit an das telefonat oder das telefonat an zu gehen ist aber gerade jetzt hier die auslastung so groß dass wir auch nicht telefonieren können weil ich jetzt gerade hier so ein video mache und der marcel vorne kämpfen muss dann hat das klingelt bei uns in der werkstatt nach 30 sekunden auf der kunde merkt erstmal nichts der bleibt 60 sekunden in der warteschleife und nach 60 sekunden klingelt es hier wieder bei uns und wir können wieder agieren das gleiche gilt natürlich für parallel ruf und 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 das heißt wir haben auch entspannung reingebracht der kunde fühlt sich nicht veräppelt weil keiner dran geht wir können nicht immer sofort angehen oder müssen auch nicht sofort angehen weil wir halt die warteschleife nutzen können genauso gut können wir dann auch mit allen endgeräten hier dann die zurück in die warteschleife bringen um vielleicht was nachzuschauen und thema endgeräte da sind wir genau auch hier an der richtigen stelle wenn wir dann ein smartphone handelsübliches haben oder ähnliches dann haben wir schon unser endgerät das heißt also jeder mietarbeiter muss jetzt nicht im telefon zu hause für sich hingestellt bekommen sondern der kann entweder über die linkus app oder über kostenfreie voice over ip apps sich mit dem server connecten oder mit dem eigenen in dem fall ist ja die cloud lösung connecten oder mit dem eigenen server beziehungsweise mit der eigenen anlage im büro in der werkstatt wo auch immer ja es ist auch für werkstätten handwerker für alle ist diese anlage geeignet ja weil ich einfach maximale verfügbarkeit sicherstellen kann möchte ich meine endgeräte um nochmal auf das szenario so wie wir es hier haben zurück zu kommen ich habe ja hier eine fritz box da sind ganz normale telefone dran und zwar die diese die 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 decktelefone genau da sind zwei telefone dran ja wie die geht denn das deck kann ich ja gar nicht verbinden mit der anlage ist ja gar kein deck anlage kann ich allerdings wenn ich ein kleines modul dabei packe auch aber brauchen wir nicht denn unsere lösung die wir hier gebaut haben ist so simpel dass die fritz anlage die übernimmt nach wie vor die steuerung der deckgeräte die anrufsteuerung übernimmt die jester und somit war das problem super gleich gelöst das heißt in dem moment wo die jester quasi die anrufsteuerung wieder zurück an die fritz box gibt klingeln hier nämlich unsere ganz normalen decktelefone siemens und diese alle heißen nichts besonderes natürlich haben wir auch zusätzlich auch ein voice over ip telefon da und das ist auch das geniale an der jester wenn ich ein telefon anschließend da gibt es eine liste von keine ahnung 30 verschiedenen voice over ip telefonen dann kann ich die über die jester hier über die konfiguration sogar installieren ohne das telefon anpacken zu müssen der erkennt das telefon im netzwerk und fragt mich ob ich hier mit einem klick die konfiguration darüber beamen soll ist das geil ist das geil das heißt ich mache einfach klick und schon ist mein telefon installiert das heißt wenn ich die jester einmal aufgesetzt habe und die kommt somit standardmäßig mit zehn vorinstallierten telefonanschlüssen sozusagen um dann stöpsel ich einfach nur die telefone an und sagt über mittel über mittel über mittel und fertig bin sofort erreichbar geiles geiler stuff absolut genial bin ich dabei also ihr seht ich bin begeistert ich bin natürlich nicht ohne grund begeistert weil es hat uns hier wirklich den popo gerettet und meine frau in der praxis ist auch total zufrieden wir haben alles damit gesteuert fax weiterleitung alles also funktioniert weiterleitung auch noch mal ich kann gar nicht mehr mit den ganzen featuren ich muss aufhören jetzt hier sonst denn wir werden natürlich gibt es auch e mail fax to e mail oder oder ist ja klar ich kann der voice box natürlich kann hier einfach per per e mail heißt der der kollege der gerade mal vielleicht ausgangsweise doch nicht erreichbar ist weil er gerade auf seine kinder im homeoffice aufpassen muss oder gar nicht klarkommt da ist egal kriegt er halt eine e mail mit der nachricht vom kunden kann er sofort zurückrufen super perfekt also da muss ich sagen perfekt also das kurz zu der information habt ihr probleme um arbeitsplatz einzurichten habt ihr konferenzbedarf konferenz bedarf mit der mit der jester cloud lösung können wir sofort kommen konferenz und kann daher gestellt werden mein partner stellt euch konferenzen her ihr könnt euch einwählen alles macht günstig 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 einfach klären wunderbar ja das war es dann auch schon mit dem kurzen video ich hoffe es hat euch gefallen ist natürlich ein bisschen sehr speziell aber dafür bin ich ja tech beraten und deswegen daumen hoch wollt ihr noch mehr informationen zu der anlage müsst ihr den kanal abonnieren denn ich werde noch das ein oder andere video machen wie ich zum beispiel für die leute die interesse haben und selber frickeln wollen wie ich die bestehende fritz box angebunden habe ja wirklich ganz simpel wenn man es denn weiß oder oder wie ich weiterleitung wie ich einzelne telefone einrichte mache ich alles kriegt das von mir macht euch keine gedanken aber kanal abo da lassen ansonsten schönen tag noch freut mich dass ihr da war bis zum nächsten mal